Ich will da nicht runterfallen. Nicht rutschen. Tee. 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 Hi, Ibims, 1Anton. Hallo? Jemand zu Hause? Jemand da? Ähm. F? Äh, T, meine ich natürlich. Hallo? Was ist das? Kann ich dich abbauen? Nein, kann ich nicht. Was ist das? Ach, das ist organisches Zeug. Organisches Zeug. Ich werde erstmal meinen Behälter voll machen mit Erde. Das dauert aber... Das dauert aber lange, bis der voll ist, ne? Ach, guck mal. Cool. Also hier haben wir, glaube ich, eine Menge zu entdecken. Kann ich mich da runterbauen, bitte? Ich will mich da bitte runterbauen. So, dass ich hier eventuell auch hochkomme. Also nur eventuell, ne? Ah, ups. Das war's mit dem eventuell. Ja. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Ähm, wir müssen jetzt erstmal nochmal hoch... Alt. Achso, kann ich mich eigentlich auch... Ja, ich kann Fahrstuhl machen. Ist ja nice. Wo muss ich hin? Da muss ich hin, ne? Ich muss hier raus. Ich brauche erstmal... Äh, Sauerstoff... Sauerstoffverbindung oder so? Was ist denn da oben? Wer ist denn so doof und stellt hier keine Verbindungen hin? Anton. Ah, ich glaube es ja wohl. Tee. Tee? Habe ich keine mehr? Schnell aufgebraucht? Muss ich die ernsthaft... Öh. Öh. Rucksack ist ganz schön nah. Öh. Da. Klatsch. Tee. Wenn die richtig nebeneinander stehen. Tee. Gut. Dann sind wir unten angekommen. Forschung... Oh, dann brauche ich den da ja gar nicht. Nein. Das wollte ich machen. E. Ähm. Danke. Kann ich den? Rucksack. Kann ich das? Das hat gut geklappt. Äh. Hallo? Ach, mach jetzt mal. Irgendwohin. So. Ich hätte jetzt gerne den Materialanalysator. Alter. Geil. Was ist das? Forschungsproben. Alles Forschung. 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 Nice. Kann ich das hier auch erforschen? Nein, das ist bestimmt... Ach, guck mal hier. Ähm, E. Das scheint nichts zu sein. Schade. Ähm. Ich drück anstatt Q andauernd E. Äh, anstatt E andauernd Q. So rum. Oder jetzt... Ja, klar. Jetzt hat er verknüpft. T. Hallo, Ibumsch. Anton. Was bist du? Oh, es greift mich an. Ich bin tot. Haha. Ups. Habe ich alles verloren, ne? Liegt das da unten manchmal noch? Keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne gucken gehen, ob das da unten noch liegt. Ganz ehrlich. Ich gehe mal gucken, ob das da noch liegt. Okay, wir können angegriffen werden. Äh, schön, dass wir das herausgefunden haben. Sehr tragisch, dass Anton gerade gestorben ist. Äh, zum Glück haben wir ihn wiederbekommen. So, dann klatschen wir uns mal hier runter. Klatsch, klatsch, klatsch. Achtung, Anton kommt. Ui. 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 So. Liegen hier unsere Sachen? Ja, da liegen unsere Sachen noch. Juhu, man muss bloß wissen, wo man gestorben ist. Okay. Das ist uncool. Die Dinger. Ähm, ja. Ich hätte gerne alles. Mein Solarmodul. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Gut. Gut. Ähm, ja. Kann weg. Dankeschön. Das ist alles so giftiges, rotes Zeug, ne? Tötet mich das auch, wenn ich in der Nähe bin? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Hallo, ich tue euch nichts. Ich baue euch ja nicht ab. Keine Sorge. Ich bin nur auf der Durchreise. Hallo. Oh, nice. Oh, guck mal, da ist irgendwas. Hallo. Tee. Tee. Oh, schon wieder alle. Ähm. Hm, 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 hm. Drucken. Kriegen wir glücklicherweise gleich wieder. Von wo auch immer. Äh, Tee. So, erstmal das da. Ist das Aluminium? Oder explodiert das auch? Jetzt habe ich Angst, irgendwas abzubauen, weil ich Angst habe, dass es explodiert. So, was ist das? Da ist noch mehr davon. Alles meins. Ah, Laterit. Kann man gebrauchen, glaube ich. Ah, guck mal da. Nice. Können wir gleich was von mitnehmen. Alter, es geht noch ewig so weiter. Das Problem ist ja, man sollte hier eventuell, ich bin mir nicht ganz sicher, auch nicht zu tief graben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ah, siehst, da wurde ich schon wieder angegriffen von dem da. Scheinbar mögen die das nicht, wenn man deren naturelle Umgebung, ich brauche unbedingt so ein Analysegerät. So, erstmal wieder Sauerstoff. Tee. Ähm, ja, was ist das da? Ach, guck mal da. Komm ich da an? Nö, schade. Tee. Ah, falsch. Vielleicht sollte ich mir das tauschen. Inventar auf E. Wie E-Inventar? E-Inventar. So, komm ich jetzt da oben an? Ja, cool. Nice. Weiz. Weiz. Können wir noch mehr gebrauchen. Ach, guck mal, hier liegt noch mehr. Ich hoffe. Oh, da stehen... Weiz. Weiz. Habt ihr nicht gesehen, dankeschön. Ähm. Wir gehen mal hier runter. Ich baue mir da mal so einen Absatz. Ups. Ja. Ich will da nicht runterfallen, weis. Kann ich. Wenn ich jetzt... Uuuui. Puff. Vielleicht baue mir da mal nochmal einen Vorsprung. Komm ich bis dahin? Tee. Ui. Ah, ich will hier nämlich nicht runterrutschen. So. Tee. Upp. So. Ich kann das ja auch ebnen. Alles ebnen. So, gucken wir mal. Ist da irgendwas? Will ich da runter? Ich will da runter eigentlich. Oh, guck mal da. Guck mal da. Da ist irgendwas. Ich will wissen, was das ist. Wie komme ich da jetzt am besten runter? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Brauche ich mal hier runter. Ach, cool. Das ist ja ein schöner Nebeneffekt. So, theoretisch kann ich mir ja auch, alt, einfach hier so Vorsprünge machen. Und denen ich mich dann runterkraxle. Und hoffe, dass hier nicht so eine tödlichen Pflanzen in der Nähe sind. Ähm. Alt? Komme ich von da unten? Ne, komme ich noch nicht. Ah, so. 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 Hups. Achso. Ja, toll. Ähm, nice. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Weg, 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 weg. Alles weg. So. Aufbauen. Kann ich da hoch? Mach das mal weg. So. Bauen wir uns hier jetzt eine schöne Treppe. Ohne, dass wir da runterfallen am besten. Hilfe, mein Spiel rastet aus. Was macht das? Ja, I know. I know. Oh Gott. Oh Gott. Da ist es. Tee. Gut. Keine schöne, aber eine sehr seltene Treppe. Das war alles mit hier. Kann ja nicht schaden. Nein. Warum wir von da? Oh, nein. Bisschen weg. So, vielleicht. So. Oh. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Oh, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Mir geht es gut. Und ich lebe. Ja, jetzt müssen wir uns eine Treppe bauen irgendwie. Damit wir wenigstens. Da wurde schon. Ich habe doch gerade schon wieder angespuckt. Oder nicht? Von so einem scheiß Vieh. Ne, doch nicht. Das kannst du ja nicht. Ähm. Da komme ich bestimmt nicht hoch. So. Kleines bisschen weg machen. Hopp. Ja, I know. Ich bin doch schon. Ich arbeite doch da dran. Da ist es. T. T. Oh, ich habe keine mehr. Ja, I know. Warte, warte, warte. Entspann nicht. Nein. Hoch. Hoch. Da. So. Aufladen kurz. Und jetzt einmal bitte. Guck mal. Ich kann mein Mikro auch mal ein bisschen dichter holen. Dann hört man mich wahrscheinlich auch besser. Muss ich mir merken. Aber anderthalb Stunden. Oh, schon so lange? Hauptsache. Ich sage doch. Ich habe vorhin noch gesagt, dass ich die Zeit nicht merken werde, wie lange ich hier schon spiele. Und ich quassle wirklich die ganze Zeit durch? Oder habe ich eine Zeit lang nicht geredet? Oh, faszinierend. Faszinierend. So, ähm. Bau mal. Ja, ja. Kriegen wir gleich wieder an Energie. So. Das holen wir nach da unten. Und. Wo sind jetzt meine? Wo sind die jetzt? Seht ihr nicht? Wo sind meine Verbindungen? Meine Verbindungen sind nicht da. Oder habe ich das abgebrochen? Keine Ahnung. Jetzt sind sie da. Aber eben gerade. Theoretisch müssten wir jetzt zwei Stapel verbinden. Oder ich habe es abgebrochen. Keine Ahnung. So, ähm. Ähm. Machen wir mal so, bitte. Brauchen wir mal hier was Vernünftiges hin, du. Naja, vernünftig. Ist auch anders. Aber. So kommen wir eventuell. Ach, guck mal da. Ich habe es gefunden, übrigens. Ähm. Wir haben da nämlich keine Verbindungen gestellt. Ähm. Machen wir T. Gib mir mal eine Verbindung. Nein. Das. Ich stelle die mal nach dort. T. So, die müssen jetzt irgendwie an meinem Rucksack rammen. So. Gut. Also, falls, falls wir Plaste brauchen hier, das da, Kunststoff, finden wir hier. Und ich will jetzt das da erkunden. T. Kann ich da irgendwo runterfallen? Nö. Was ist das? Exodynamics Forschungsunterstützung. Feldforschung. Feldforschungseinheit. Füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Was ist denn die passende Ressource? Ähm. Ich weiß doch nicht mal. Was ist das? Ah, Forschung. Ah. Oh, das sieht aggressiv aus. Das sieht nicht aus, als wären wir hier willkommen. Oberfläche schön und gut. T. Aber hier scheinen wir nicht wirklich willkommen zu sein. Ich hoffe ja, dass die Dinger mich nicht sofort killen, wenn ich da in die Nähe komme. Also, die grünen. Bei den roten weiß ich ja mittlerweile, dass sie es nicht machen. Was ist denn die richtige Ressource? Kannst du mir das sagen? Warte mal. Ich habe ein bisschen was dabei. Klatschen wir mal Harz ran. Harz ist es nicht. Ähm. Verbindungen werden es auch nicht sein. Hier vielleicht? Nö. Ähm. Das da? Oh, cool. Was ist das? Pfiu. Boah, geil. Auf Anhieb die richtige Ressource dabei gehabt haben. Was ist das? Müssen wir gleich mal hingehen. Ähm. Wo ist dein Ding hier? Dein Ding ist... Erstmal ausbuddeln. So. Erstmal ausbuddeln. Wo ist dein Rohr da? Cool. Tada. Ah, das ist ja nice. Die Dinger sind cool. Zack. Nice. Nice. Wir haben auf jeden Fall genügend von dem gelben Zeugs. Was ist denn das hier? Ach, das ist wieder das von eben, ne? Ist das das? Ich glaube ja. Ne, Zink... Zinkblende. Warte mal. Ich muss mal hier... Schmeiß mal drei davon weg. Drei reichen doch. Ich geb dir unten genug davon. Machen wir noch ein bisschen mehr Zinkblende mit. Zinkblende, Zinkblende. Was war das denn hier gerade? Keine Ahnung. Nein, jetzt hab ich wieder Harz. Harz will ich nicht. Erstmal. Obwohl zweimal Zinkblende müsste erstmal reichen. So. Na ja, falls ich Harz brauche, da unten liegt noch was, ne? Frisch geerntet. Und so. Ähm. Also wenn wir so eine Dinger öffnen, brauchen wir mehr von dem Zeug, was wir am Eingang gefunden haben. Was haben wir da drüben? Da ist noch Forschung. Forschung, Forschung. Ah. Und ich hätte gerne das Analysegerät. Definitiv. Ähm. Zack. 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 So. So. Hier drüben. F. F. So. So. So langsam komme ich auch rein ins Spiel. Nach anderthalb Stunden. Ungefähr. Plus minus. Kann man auch schon mal sagen, ich komme langsam ins Spiel rein. So ein bisschen. Ich habe noch keinen wirklich großen Plan von dem Spiel. Aber. Ich komme langsam rein. Das war schon mal ein Anfang. So. Da lang oder da lang? Ich finde da lang sieht interessanter, aber auch. Mann ey. Zum Glück haben wir so ein Ding hier. Ohne wären wir hoffnungslos aufgeschmissen. Ähm. Das ist auch dieses Zinkzeugs und davor habe ich Angst. Ich weiß nicht wieso, aber das sieht gruselig aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach da lang. Ich gehe mal erstmal ein Stück. Nein. So. Zum Glück gibt es dieses Formungstool. Erstmal hole ich mir hier noch die Forschung. Forschung. Hallo. Äh. So. Forschung. 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 Der oben ist bestimmt auch schon fertig, ne? Gucken wir mal rein. Ja, der ist fertig. Forschung freischalten. Freigeschaltet. Ist schon freigeschaltet. T-t-t-t-t-t. So. Da könnten wir den Sauerstoff tanken. Oh, 3000 Weizen haben wir schon. Nice. Wir haben aber auch eben gerade 800 gefunden, ne? Ja, ich gehe ja schon zurück. Ruhig dich. Ruhig dich. T. Na komm. Gib, gib, gib mir Stoff. Oh, da sind schon wieder diese Teile. Gib mir doch da lang, oder was? Ich weiß nicht, wieso, aber die Dinger sind mir unsympathisch. So. Da ist noch Forschung. Forschung. Hier hängt an jedem Baum. Das ist wieder dieses, ähm, das, was wir hier schon haben. Dieses Zink-Zeugs. Ah, cool. Ich glaube, da ist was Interessantes. Zack. T. Ha. Steht auf dem Zinkzug drauf. Oh. Das Grüne. Das ist wieder das vom Eingang, glaube ich, ne? Glaube ich. Also, wie gesagt, immer ohne Gewehr, wenn ich glaube ich sage, ne? Oh. Da war so ein rotes Ding. Aua. Das ist mir weh. Achso, ähm. Laterit. Genau, damit kriegen wir die Dinger auf. Reicht auch erstmal, ne? Oh, kann ich, kann ich das da erforschen? Kann ich das erforschen? Knall Korallen Samen. Kann ich die irgendwo einbuddeln oder so? Ist ja nice. Nice, nice, nice. So, da lang. Ja, das sieht interessant aus. Das einzig Gute in diesen Höhlen ist, man kann die recht gut setzen, die Verbindungen. Because of, man geht ja recht langsam. Ich renne ja nicht. Da ist noch mehr von dem Zinkzeugs. Hoffentlich laufen wir nicht im Kreis. So, dann werden wir nachher auch wieder hochgehen. Forschung. Forschung! Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Wojong.